Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 24. September 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 702. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Bootloader, Sticheleien, 100.000, Daimler, Spammer, Google Play Pass und Wanzen. Ich starte gleich mal mit dem ersten Thema, das ein bisschen verwunderlich ist. Damals, letzte Woche, am Donnerstag auf der Bühne, hat er noch gross davon gesprochen, ja, wir werden Bootloader ausbringen. Ich spreche vom CEO von Huawei, der eben gesagt hat, dass man trotzdem, dass eigentlich keine Google-Dienste ausgeliefert werden mit dem Telefon, dem Mate 30 Pro und so weiter, dass sie eben durch den Bootloader dazukommen oder die Kunden dazukommen werden, sich die ganzen Google-Dienste nachzuinstallieren. Das funktioniert ja relativ einfach und ist ja auch ein Ding, was eben Android-Smartphones einigermassen interessant macht, das heisst einigermassen für viele Leute sehr interessant macht, da man da gewisse Dinge umgehen kann und auch selber irgendwelche Geschichten aufspielen kann, so wie man es mag halt mit diesen ganzen Custom-Roms. Ja, jetzt ist aber so, dass Huawei was anderes sagt gegenüber Android Authority. Authority, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, ist nämlich so, da wurde offiziell bestritten, dass es solche Pläne geben soll. Und somit soll anscheinend jetzt eben das Mate 30, da wo es überhaupt auf den Markt kommt, eben nicht mit der Möglichkeit kommen. Nichts mit Google ist da gewesen. Tja, deshalb unter anderem macht sich auch Samsung über Huawei lustig. In Lateinamerika haben sie jetzt Mails an ihre Kunden verschickt, dass wer ein aktuelles Super-Duper-Telefon mit der besten Kamera und so weiter haben möchte und auf die ganzen Google-Dienste wie YouTube und was auch immer noch so da mit dabei ist zugreifen möchte, der sollte sich doch ein Note 10 kaufen. Übrigens, heute Morgen geht dann der Testbericht zum Note 10 Plus online auf dem pocketbook.ch-blog. Ich werde in den Shownotes einen Link setzen. Geht irgendwie um 7 Uhr online für die, die es früher hören. Aber Klammer zu würde ich jetzt sagen. Ja, eben. Die Meldung geht raus. Plus man bekommt noch vier Monate YouTube Premium obendrauf und 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 und. Und ja, jetzt geht es mal in die andere Richtung. Ich meine, Huawei stichelt ja auch die ganze Zeit. Hat ja Samsung damals auch ausgelacht öffentlich für das faltbare Telefon, was dann doch nicht auf den Markt gekommen ist und jetzt da ist. Aber Huawei ist eigenes nicht. Und hin und her, ja, es gibt ein bisschen Tumult in der Richtung. 100.000 Elektro-Lieferwagen wurden bestellt bei Rivian Automotive. Das ist eine Firma, in die Amazon Anfang des Jahres investiert hat. Und jetzt platzieren sie da eine riesen Lieferung. Kann man machen. Ja, gibt auch schönes Geld in die eigenen Kasse schlussendlich. Amazon möchte ja seine ganze Flotte auf Elektrofahrzeuge umstellen und somit auch generell das Ausliefern ihrer ganzen eigenen Flotte auf erneuerbare Energie umstellen. Die Roadmap steht bis 2030 und bis dann soll auch das letzte dieser 100.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden. Was ich bis jetzt nicht wusste, bis jetzt hat Amazon schon 40% seiner Flotte mit erneuerbaren Energie ausgestattet. Das ist natürlich schön und sollten sich der eine oder andere auch ein Beispiel dran nehmen. Und ja, mal schauen, was sich da noch so weiterentwickelt. Etwas Schönes gab es auch, und da bleiben wir gleich beim Fahrzeug, von Daimler zu hören. Denn die haben angekündigt, dass sie die Entwicklung von neuen Verbrennungsmotoren stoppen werden. Das heisst, in Zukunft werden sie nur noch in elektroangetriebene Motoren investieren, was die Forschung belangt. Ganz wichtiger Hinweis. Und eben nur noch dahingehend forschen. Macht Sinn, vor allem da man ja jetzt langsam, aber sicher auch in dem Bereich ankommt und das eine oder andere Auto rausbringt und in den nächsten Jahren noch ein paar viele mehr. Was man natürlich nicht dazu gesagt hat, ist, dass aktuell den Entwicklungsprozess des neuesten Motormodells abgeschlossen ist und der quasi jetzt in Produktion kommt und somit natürlich nicht von 0 auf 100 auf Elektro umstellen wird und kein einziges Verbrennungsauto mehr produzieren wird. Das wäre auch völlig fatal und nicht umsetzbar mit der Menge an Energie, die da natürlich dann schlussendlich rausgehen müsste, damit die ganzen Dinge auch betrieben werden können. Aber das ist auf jeden Fall ein schönes Zeichen und der richtige Weg in die richtige Richtung. Gratuliere, Daimler an der Stelle. Dann, ja, wer auf YouTube unterwegs ist und dem einen oder anderen, und wir bleiben bei Fahrzeugen, Automobil-Kanälen verfolgt, vor allem die grösseren, der könnte von Spam befallen worden sein in den letzten Stunden und Tagen. Es ist nämlich so, dass eine grössere Anzahl an YouTube-Channels, ja, gekappert wurden. Mit ziemlich erfolgreichen Pishing-Attacken konnten sie da welche aushebeln und dann darüber Spam verteilen und sonst noch ein paar unschöne Geschichten, Adressdaten rausziehen, bla bla bla. Ja, ja, alles Dinge, die eigentlich nicht hätte sein sollen. Aber was noch unschöner ist, einige der Channels, und da bin ich froh darüber, hatten eine Two-Step-Verification. Doch auch die konnte ausgehebelt werden. Man denkt aktuell, dass es ein Tool namens Modliska, wenn ich es richtig ausspreche, oder ein ähnliches sein könnte, weil das ist dazu da, um unter anderem zum Beispiel eben solche SMS im Bereich Two-Step-Verifications abzufangen und dann, ja, halt die Anmeldung mitzunehmen. Ziemlich unschön. Was die aber auch getan haben, die lustigen Hacker, ist, gleichzeitig mit dem Übernehmen des Kanals haben sie dem Original-Benutzer eine Mail zugeschickt, dass quasi ihr Account gelöscht wurde, der aus Grund XY, und ja, währenddem die sich dann, das meint, dass zuerst die Zeit gefunden haben, das gefunden zu haben, und zusätzlich dann auch mit dem Google-Support oder dem YouTube-Support haben Kontakt aufnehmen dürfen. In der Zeit hat man eben dazu fleissig genutzt, um die ganzen Daten rauszunehmen und Spam-Mails zu versenden. Und schön, unschön, ich hoffe, da schiebt Google noch einen weiteren Riegel vor und macht die ganze Plattform noch sicherer. Wir bleiben gleich bei Google, gleich mit den nächsten beiden Neuigkeiten, die ich heute noch für euch habe. Google hat den Play Pass vorgestellt. Das sind 350 Games, mehr als 350 Games für den ersten Jahr, also eigentlich für 4,99 pro Monat und im ersten Jahr für lächerliche 2 Dollar. Lächerlich, weil, ja, die Entwickler bekommen da natürlich nicht mehr, aber für den Kunden ist das natürlich toll. Für 2 Dollar pro Monat, die ersten 12, bekommt ihr 350 Titel aufwärts, da kommen Monat für Monat neu dazu, wie bei Apple Arcade. Man hat es ja irgendwo schon mal gehört, genau. Die ganzen Spiele kommen anscheinend ohne Werbung und ohne In-App-Käufe, was aber der große Unterschied ist, der Dienst startet wie mal nur in den Staaten. Weitere Länder, ja, halt so Google-typisch, soon, also irgendwann. Dürfen wir mal gespannt bleiben, wie lange das da geht und ja, mal schauen. Übrigens, man kann es 10 Tage kostenlos testen. Das geht bei Apple auch länger. Oder? Waren das die 30 Tage? Ich glaube, ja. Filme gibt es nur für 7 Tage. Genau, in diesem Sinne gehen wir noch zu der letzten Neuigkeit und das geht im Bereich YouTube. Wir waren ja da schon mal YouTube Premium Abonnenten. Die erhalten aktuell ganz viele Mails, also nicht jeder viele, sondern alle eins und da steht drin, dass man Google Home Mini, also Google verschenkt neue Wanzen, haben sie immer wieder mal getan, auch vor oder vor kurzem, vor ein paar Monaten an ausgewählte Nutzer und mittlerweile eben dann alle, und ein kleines Update gab es in dem Artikel auch, alle, die mindestens seit dem 18. September Premium Abonnenten sind, und zwar bezahlende Abonnenten, nicht solche, die ein Testabo haben, die bekommen nach und nach, die Mails werden nach und nach rausgeschmissen, ein Google Home Mini nachgeschmissen. Ohne Portokosten, ohne zusätzliche Kosten, könnt ihr euch kostenfrei eine Wanze ins Haus bestellen. Wer es mag, soll zugreifen, weil wenn man schon Musik oder Filme darüber hört, kann es ja sinnvoll sein, wenn man das Ganze dann auch über Sprache ansteuern und abfeuern kann. Das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für den Start hatte. Wie gesagt, wenn ihr Lust und Zeit habt und Interesse am Note 10 Plus von Samsung, dann schaut doch auf dem Poughkeepsie.ch-Blog vorbei, ab 7.03 Uhr geht der Beitrag, respektive meinen Testbericht dazu online. Nächstens kommt dann auch noch ein Video, aber das braucht noch ein bisschen Schnittzeit und somit, ja, bis morgen, wenn ihr mögt. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.